Im Urlaub bin ich auf die Idee gekommen. So um 4 Uhr bin ich mit meiner Frau auch und wollte immer ans Trinken gehen, auch in den Urlaub. Das Urlaubsziel sage ich jetzt nicht dazu, wo ich das gemacht habe. Und da habe ich mir gedacht, so um 4 Uhr, ein Glas Prosecco oder eine Bierle, Prosecco für die Damen, Bierle für den Mann. Ich habe natürlich, wo ich hintergegangen bin, immer eins mehr getrunken und dann bin ich erst wieder zum Strand zurückgegangen und so bin ich auf die Idee kommen, ein Ranzimmobil für unsere Gäste zu machen und das, den wir Gästen haben.